Äh, öhhh, öhh... Ui-i... Herzlich willkommen zu den Wein-Eben nicht! Ach so, ich bin auch hier, das sieht man doch! Heute testen wir den Quillen aus Zytrus! Wer englisch gesprochen weiß, glaube ich, was Zytrus heißt. Äh, vielleicht wollen wir den Geruch ermitteln? Boah, warte! Nee, eklig. Schmeckt... Alter, was hast du geraubt, Junge? Das ist falsch bei dir. Ja. Boah, Junge, das ist ein übertrieben ekelhafter Acidfuss. Eklig. Eklig, Mann. Eklig, Mann. Ey, es geht doch gut. Was ist denn so, ne? Es schmeckt voll isrig. Hm, doch. Ok, wie ist deine Bewertung? Äh, meine Bewertung ist 7 von 10. Meine Bewertung ist 2 von 10? Ey, ich finde aber geil. Weil es richtig scheiße schmeckt. Ich finde es schmeckt voll geil, weil dieser Zitrusgeschmack richtig rauskommt. Ja, richtig ekel. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So wird das 87 Mal geschehen. Oh 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 oh. Hey, hey, hey. J'espère que tu vas souffrir. Et que tu vas m'adormir. Pendant ce temps, je vais écrire. Pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017